Guten Morgen aus Berlin! Es ist Donnerstag, der 30. Juni 2016, um 10.35 Uhr, der letzte Tag im Juni und auch der letzte Tag des ersten Halbjahres 2016 und für mich der letzte Tag, an dem ich Fleisch und Fisch esse. Fisch mag ich ja eh nicht so gern, aber Fleisch ist ja hier und da doch auf meinem Speiseplan und für die nächsten 30 Tage, vom 1.7. bis zum 30.7. werde ich komplett auf Fleisch und Fisch verzichten, was bedeutet, dass ich mich vegetarisch ernähre. Dazu werde ich noch einen extra Vlog machen oder einen extra Video-Eintrag, heute spätestens morgen, wo ich noch ein bisschen was zu den Hintergründen vielleicht erzähle. Ja, und ansonsten wird das ein ganz normaler Tag, wie jeder andere heute zur Post, dann ins Büro, heute Abend mit Julia ins Kino zur Sneak Preview und zwischendrin vielleicht noch ein bisschen freiberuflichen Kram arbeiten oder vielleicht auch spielen, je nachdem wie die Zeit ist. Kinokarten habe ich diese Woche auch wieder geholt, aber wohlweislich nur die Karten, von denen ich auch weiß oder von den Personen, die ich auch weiß, dass die wirklich dabei sind, das heißt für Julia und mich habe ich die Karten gekauft. Ich habe noch vier weitere reserviert, falls noch jemand mitkommen mag, Christoph und Fabio, weiß ich gar nicht, ob die diese Woche wieder versuchen dabei zu sein. Fabio hat zwar zugesagt zum Termin, Christoph aber noch nicht, aber nachdem ich letzte Woche ihre Karten wieder zurückgeben musste, werde ich mir das jetzt in Zukunft sparen für andere Leute, wo ich mir nicht sicher bin, ob die wirklich zuverlässig sind, die Karten abzuholen. Es ist einfach mal für mich besser, dann ärgere ich mich weniger und für die anderen besser, dass sie dann sich weniger unter Druck fühlen oder gestresst fühlen, wie auch immer. Ja, mal gucken. Heute zum Mittagessen wird es, glaube ich, nochmal Fleisch geben und dann die nächsten 30 Tage nicht. Mal gucken, wie es auch auf Rügen wird. Ich bin ja jetzt eine Woche auf Rügen demnächst und wahrscheinlich wird da auch der Grill angeschmissen. Da muss ich dann schauen, dass ich dann vegetarisches Zeug mir für den Grill organisiere. Wahrscheinlich Grillkäse und so ein Kram. Gucken wir einfach mal. Ja, das ist es eigentlich von mir. Ich wünsche euch einen wunderschönen Donnerstag. Ich werde heute, glaube ich, mal wieder in kurzen Hosen nach draußen treten, auch wenn es nur so knapp über die 20 Grad sind, aber das passt schon. Ich werde gleich mit dem Rad durch die Stadt radeln, dann schnell nochmal zur Post für Kensio und dann ab ins Büro. Was übrigens noch eine kleine Info ist, ich habe ja jetzt für zwei Wochen eigentlich wieder jeden Tag zur Post zu gehen für Kensio und da so drei bis fünf Briefe abzugeben. Nächste Woche geht das aber gar nicht. Eigentlich müsste ich nächste Woche komplett auch das machen. Habe ich gestern bei Kensio angerufen und gefragt, wie es denn aussieht. Ich bin eine Woche auf Rügen. Soll ich das dann von Rügen aus verschicken? Und nein, soll ich nicht. Es wird jetzt einfach um eine Woche verschoben. Also die angenommene Problematik hat sich dann ganz schnell in Wohlgefallen aufgelöst und ich bringe dann einfach die Sachen, die für nächste Woche gedacht waren, einfach die Woche drauf weg. Ist doch super, oder? Sehr schön. Gut, dann wünsche ich euch, wie gesagt, erstmal einen schönen Donnerstag. Lasst es euch gut gehen. Ich melde mich morgen Vormittag wieder bei euch und irgendwann zwischen heute und morgen wird es dann nochmal ein etwas ausführlicheres Video zum Thema 30 Tage vegetarisch ernähren geben. Ja, also dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.